Moin Moin und herzlich Willkommen zurück bei Seconds by My Buddha's Axe Fing. Wir werden nun endlich mein Mikro überladern. Selbstverständlich. Es geht nun jetzt ins Postgame. Wie wir hier oben sehen, das ist diese schreckliche Kugel hier. Jedoch zuerst haben wir noch einiges freigeschaltet, wenn ich mich nicht irre. Was ist das hier? Couch Gag Room. Ah ne, aber ja. Ah ok. Schnell hier aufladen. Das dauert ein bisschen und dann schaue ich auch schnell nach. Ob wir nicht irgendwo hier im Raumschiff was neues finden. Bis gleich. So. Ähm. Stuff Quarters. Was haben wir dann hier? Einen PC. Eine Zeituhr. Warum das gut ist. Ich hab keine Ahnung. Und. Shit ist einfach die beste im Klettern. Wuhh. Was habe ich dir? Ok. Ist mir nicht das. Was ist denn? Ok. Was ist denn? Oh man. War das alles hier? Sieht danach aus. Ähm. Ähm. Okay. 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 So. gut. Ähm. Wenn ich mich richtig erinnere. Hier. Ne. Was haben wir hier? Das müssen wir eigentlich auch schon gehabt haben. Was haben wir hier? Ähm. Okay. Okay. In Ordnung. Was ist das hier? Ah ja. Ah ja. Hier sind dann alle großen Power-Ups. Und das war's. Okay. Äh. 91 brauche ich für das. Ich nehme an. Das erreiche ich im Postgame. Das bedeutet her kann ich Power-Uppen. Aber das bleibt mir eigentlich nicht viel in dieser. Im Kassel auf Neussignifiants. Weil äh. Ich nicht von mir hab. Halt doch hin. Wie lange. Müsst du erst eh die Welt. Erledigen. Äh ne. Äh. Hier hoch. So. Okay. Keine Aufleuchte. Weiß Zebrahausen. In Ordnung. Dann starten wir mal. Okay. Keine Aufleuchte. So. Viel Glück für mich. Ach viel Nuts. Eine Aufleuchte. Der Pflegte. Der Pflegte. Der Pflegte. Der Pflegte. Timo, was are you doing here dear? I told my because it was pretty simple, wasn't it? I asked you to kill you seven spikes. I don't think I could have been in a cure. Look, try again. Okay dang, it shouldn't be too hard. You don't even need to jump. It certainly is meant to be sad. I don't- Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir müssen gegen die Wand drücken. Es hat keine Wirkung. Oder stecken wir uns einfach hier. Nein, ich will nicht sterben. Ich will jetzt sehen, was geschieht, wenn ich hier so warte. Schluck Koffe. Und wenn ich jetzt mein Power-Up vorliehe. Wer hat dieses Land gemacht? Das macht natürlich unser Wack aus. Sieht man ja. Nein! Nein! Ich verstehe jetzt den Witz. Postcam wird so schlecht sein, dass ich einfach sterben will. Dann geht ihr damit immer in die Hände. Ich will die wie beim... Hier die. Oh nein! Ich will aber nicht die ganze Zeit sterben. Das ist nicht so schön. Das sieht nicht aus wie die Maschung-Kinion. Was ist das? Oh nein! Das sieht nicht aus wie die Maschung-Kinion. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Man kann nicht st Otto-Kinion mal gucken. Um das sieht nicht aus. Was ist das? Okay, nevermind. How about this? Imagine the mapelies winning the Stanley Cup. Was ist das Stanley Cup? Ok, das ist ein Kader-Dingens-Kescher. Und was ist das denn? But maybe the thing of communication of Mariari, Trial of Iron and the end of the second of my ex. Ne, äh, ATXS. Ah, ja, das ist äh, Schete. Äh, Comic. Fibon of Iron, was war das normal? We glass last week after we were kind of devious twigs, die will pull on us. Ok. Ich frag mich aber, Moment. Ok, es macht keinen wirklichen Unterschied. Aber egal, der Floys Lava. Bedeutet das, was ich glaube, was bedeutet? Was? Ok. Aaaaah. Ok, ja, genau das. Äh, die Musik ist von Crash Bandicoot. Ah, yes. Ok, das wird, genau wie, noch sehr. Ok, ich sehe schon kommen, dass das sehr hart wird. Und wenn es zu hart für mich wird. Ok. Ich verstehe nur, ähm, die Plattformen, die sich bewegen. Das vereinfacht die Sache ab. Ok, wie habe ich das überlebt? Ich weiß es schon. Ok. Und Anlauf hat das irgendwie nicht geklappt. Ok, das ist gut zu wissen. Aber, warum ist die immer wieder da? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Wieso kann ich den nicht aufhängen? Ah. What? Mist. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Egal. Ich habe immer noch ... 99 ... Leben? Ah, ich nehme an den Postgame. Ah, ich habe ... Ah, ich bekomme Umfang. da wird es immer ein leben geschenk das erklärt so manches ich will mich einfach beeilen und das ist ganz klar mein fehler so jetzt konzentration zu das papier gut dann hierhin sagt worauf kann ich da london ich nehme an ich hab eigentlich keine ahnung ich verstehe noch nicht wann ich meine stelle wenn ich den bund und von nicht so ein problem mit den layers das könnte das könnte eigentlich gut sein bis jetzt habe ich hier noch keinen aber gesehen danke den panzer nämlich mal mit ok ich will was nü miss gott sei dank ok okay ist der schlüssel nehmen wir mal mit nein gleich wieder aber nicht wieder an der stelle bin so da sind wir wieder wirklich ok das bekommen wir jetzt doch ich muss jetzt nur auffassen und die schildkröte hier bekommen ok ok so den panzer mit der panzer was einfach den schlüssel okay das wird sehr hart ok wir versuchen es in einem toll das geht schon irgendwie halt ich darf den boden keines kein einziges mal berühren bedeutet ich muss das wird sehr anstrengend daran sehr anstrengend ja also immer wenn die wolken darunter gehen habe ich schon mal verkackt ok ok den sprung der muss ich noch üben schlimmste ist ja eigentlich dass kein mitpointer ist das ist ja auch okay das bedeutet waschen hat am anfang keinen sinn obwohl wenn ich so mache dann klappt es okay wie mache ich das an der stelle ich habe ne idee ich hatte gehofft man könnte einfach die ganze zeit die gedruckt halten und nachher springen so als kleines gemik aber leider war das nicht der fall das ist so was von anstrengend das könnte wirklich noch etwas länger dauern und wenn es so weiter geht wenn ich könnte ja wird das etwas länger dauern etwas länger ist hier einfach nur das richtige wort ich weiß nicht ob ich das um screen machen werde jedoch versuchen wir noch ein bisschen kommt jetzt okay ich muss da auf die kanone landen und es bin schon okay das war schon mal nix also das war auch wieder nix ich glaube diese welt fertig über 999 kommen ja ich darf da mein momentum keinesfalls verlieren und ich darf auch einfach nicht ich weiß ob das so mein ding sein wird weil bis jetzt weiß ja nicht ach du meine güte das problem ist ich habe auch keine ahnung wie ich das schneiden soll weil ich eigentlich gab nie ich habe auch keine ahnung wie weit kommen ok wird das einfach wohl chip machen können ich glaube ich mache das jetzt auch ja 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020